Als Alumnus der Universität Göttingen fühlt man sich natürlich dem Gründungsanspruch in besonderer Weise verbunden. In publica commoda, zum Wohle aller. Eine Universität, die gegründet worden ist, um nicht mehr nur der Kirche oder dem Fürsten zu dienen. Aber eine solche Universität muss eben der gesamten Gesellschaft dienen, muss sich ihrer globalen Verantwortung stellen, gerade auch als eine sehr naturwissenschaftlich geprägte Universität für das Wirken der Menschen im globalen Ökosystem der Erde. Und in diesem Sinne bin ich gerne Alumnus dieser Universität.